So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns nochmal angucken, was hier sonst noch so passiert. Und zwar zunächst einmal gehen wir hier rein und gucken uns nochmal ganz kurz hier diese anderen Dateien an. Wir wollen nämlich mal ganz kurz hier sagen, hey, wir wissen, dass das ein Bild ist offensichtlich. Wir wissen aber vielleicht nicht, was c.wnry ist. Das heißt, was wir jetzt machen ist folgendes. Wir sehen ja, dass es hier als File oder halt als Textdatei angezeigt wird. Deswegen schauen wir uns mal ganz kurz an, was c.wnry eigentlich für eine Datei ist. Und wir sehen hier Data. Okay, gut. Das heißt, was wir jetzt hier machen können, machen wir doch einfach mal einen Cut. Wir gucken uns an, was das Ding eigentlich so beinhaltet. Und wir sehen hier, dass hier irgendwas mit .onion drinsteht. .onion ist normalerweise eine URL, die nur mit dem Tor-Browser aufgerufen werden kann. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das die URL ist, wo man sich quasi informieren kann über WannaCry. Okay, hier unten sehen wir auch, dass man hier eine Anleitung hat, wie man den Tor-Browser runterladen kann, beziehungsweise direkt das SIP-Archiv verlinkt hat. Und ja, dann weiß man auch eigentlich schon, okay, das sind einfach Onion-Dateien oder Onion-Links sozusagen. Okay, nächstes ist, das gehört nicht dazu, hier die R.wnry. Das heißt, wir machen hier mal ein Pfeil R.wnry. Und wir sehen hier, das ist ASCII-Text mit CLRF Line Terminators. Das bedeutet einfach nur, hey, das ist einfach ASCII-Text, ja. Das heißt, was wir hier machen, ist genauso Cut. Wir wollen uns das Ding angucken. Und hier sehen wir, ups, das ist quasi die, what's wrong with my files? Ups, your important files are encrypted. It means you will not be able to access them anymore until they are decrypted. So, das heißt, das Ding hier ist quasi die Q&A-File, weil wir hier auch Q&A haben, also quasi Information über das Ganze. S.wnry sieht nach einem Archiv wiederum aus. Das heißt, das überspringen wir mal und schauen uns nochmal T.wnry an, damit wir auch noch hier ein bisschen mehr Informationen bekommen. Das heißt, wir machen hier mal ein Pfeil T.wnry. Und wir sehen hier auch wieder, es ist Data Cut T.wnry. Und ja, wir sehen, das ist tatsächlich Data. Ja, gut. Das heißt, wir haben uns eine grobe Übersicht verschafft über diese Dateien, die wir hier haben. Das da unten sind noch Dateien, die wir noch nicht analysiert haben. Die müsste man jetzt im Zweifelsfall nochmal analysieren. Und das ist leider sehr viel Aufwand. Wir sind aber noch nicht mal fertig mit der Haupt-Executable, nämlich mit dieser ed01.exem. Deswegen gehen wir hier nochmal zurück in Gitra und gucken weiter in unserem Code. Wir sind wieder in der Main zurück. Wir wissen jetzt, dass das hier irgendwas mit den Resources macht und die dann vielleicht noch irgendwie lädt. Jetzt schauen wir uns mal an, was diese Funktion hier macht. Und ja, wir sehen hier, A, das sind diese Strings hier. Das scheint zumindest dieses Array aus Bitcoin-Adressen zu sein. Das heißt, wir haben hier, das da können wir umbenennen in Bitcoin-Adresses. Okay, wunderbar. Das ist also schon mal geklärt. Und jetzt haben wir hier dieses, nun ja, Local31c. Das ist ein Undefined Array mit 178 Platz. Das ist riesig quasi. Und hier sehen wir, okay, in Local26a wird am Ende einfach, also quasi, hier sehen wir, es wird eine zufällige Bitcoin-Adresse rausgekopiert. Das heißt, was man hier macht, ist, man zieht sich einen Zufall und dann kopiert man so lange in Local26a eine der Bitcoin-Adressen, allerdings immer Modulo 3. Das heißt, wenn wir 0 ziehen als Zufall, nehmen wir die 0. Bitcoin-Adresse. Wenn wir 1 ziehen, nehmen wir die erste Bitcoin-Adresse. Wenn wir 2 ziehen, nehmen wir diese Bitcoin-Adresse. Wenn wir 3 ziehen, fangen wir wieder vorne an und nehmen wieder dieses 0 hier. Bei 4 nehmen wir das da und so weiter und so fort. Und das machen wir einfach, ja, so, dass wir eben hier eine Adresse hier drin haben. Das heißt, das Ding hier ist unsere finale, also Final Bitcoin-Adresse. Das ist quasi die Bitcoin-Adresse, die für unseren Benutzer irgendwie interessant ist. Und die wird da reingespeichert in dieses Ding. Okay, in Local31c, da greifen wir jetzt offensichtlich zweimal zu und zwar einmal mit diesem iVar1. Das ist im Endeffekt hier reused worden, weil wir hier quasi dieses Rand auch wieder reinspeichern. Das macht, wie gesagt, der Compiler als Optimierung. Hier machen wir allerdings noch irgendwas anderes damit und das müssen wir uns noch angucken. Und ja, hier sehen wir offensichtlich, okay, das öffnet c.wnry. c.wnry war diese Datei, die quasi die Meldung hatte, ja. Das heißt, hier wird dann irgendwas gemacht mit diesen Onion-Adressen. Und das heißt, das hier macht einfach irgendwelche Anzeigesachen. Also renamen wir diese ganze Funktion mal. Wir könnten auch die Signatur ändern, aber ich mache jetzt gerade das Ganze über Rename. Ist quasi äquivalent, wenn ihr das da ändert, also wenn ihr wirklich nur den Funktionsnamen ändert. Das macht sozusagen showOnionAddresses.etc. Okay. So, das ist in Ordnung. Können wir zurückgehen in, achso, wir waren gar nicht in der Main, wir waren hier drin. Genau. Okay. Und ja, jetzt haben wir hier, sehen wir, dass das eigentlich dieselbe Funktion war. Und genau das ist eigentlich relativ sinnvoll. Das heißt, was wir jetzt hier haben, ist, wir benutzen eigentlich diese Funktion, um Sachen anzuzeigen. Ja, das heißt, hier müssen wir gar nicht mehr weiter nachgucken. Also, falls es euch interessiert, könnt ihr natürlich noch weiter nachgucken. Ich weiß jetzt für mich, okay, hier werden nur einzelne Adressen angezeigt. Aber ist für mich nicht so relevant. Das heißt, ich nenne diese Funktion hier, ähm, showOnions and BitcoinAddresses. So. Okay. Das ist okay für mich. Jetzt weiß ich ungefähr, was diese Funktion tut. Und kann mich hier ein grobes Bild machen, ähm, was das jetzt sein soll. So. Das heißt, ich muss hier jetzt nicht mehr weiter nachdenken und kann mir die nächste Funktion angucken. Und hier sehen wir jetzt wieder S-Bodenstrich Adrip plus H. Ähm, das heißt, hier steht Adrip, also, wenn wir jetzt das mal aufmachen, wie gesagt, das sind ja immer Strings. Das heißt, da steht S-Bodenstrich vorne dran und hinten dran steht immer noch der Adressname. Deswegen heißen die so komisch. Der eigentliche Inhalt von dem Ding ist Adrip plus H Punkt. Okay. So, das heißt, wir googeln natürlich wieder mal, was genau Adrip eigentlich macht. Und in den Docs von Microsoft finden wir mal wieder genau hier unten, ah, okay, legt also das ausgeblendete Dateiatribut. Und das heißt, wir wissen danach, ob die Datei ausgeblendet ist oder nicht. Und das macht eben dieses Adrip plus H Punkt. Das heißt, wir sagen, hey, diese Datei darf danach nicht mehr angezeigt werden. Sie wird quasi versteckt, ja. Ja, das heißt, diese Funktion hier wird höchstwahrscheinlich nichts anderes machen als, ähm, Hide, ähm, Hide Files. So, und das können wir auf OK klicken hier. Und ja, jetzt, okay, das funktioniert leider nicht so ganz, weil wir sehen hier unten, hm, da passiert noch irgendwas. Und ja, das heißt, das hier ist eigentlich auch irgendwas mit, irgendwas wird ausgeführt. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, ähm, dass das hier auch wirklich genau das tut. Wir müssen also genauer reingucken. Und hier gehen wir nochmal ganz kurz auf den String drauf. Hier steht dann also, ähm, Achtung, I-C-A-C-L-S Punkt Grand Everyone FTCQ. So, das heißt, wir wollen natürlich dieses, äh, I-C-A-C-L-S, wollen wir natürlich auch wissen, was das genau tut. Und auch hier finden wir mal wieder was bei den Microsoft Docs, wie wir hier unten dann rausfinden. Heißt, F Vollzugriff, das heißt, Grand Everyone F bedeutet so viel, jeder bekommt Vollzugriff. Slash T, Slash C und Slash Q sind Optionen, die wir hier einstellen können. Also quasi, ähm, Parameter für diesen Aufruf. Wobei es so viel bedeutet wie, ähm, ja, unterdrück halt das, was rauskommt. Mach einfach mal F is Force. Äh, Quatsch, nicht F is Force. Ähm, dann haben wir hier quasi einfach eine Ausgabe, okay? Ähm, keine Ausgabe, Entschuldigung. So, das heißt, was wir hier machen, ist im Endeffekt, wir verändern die Dateien, die wir hier gerade verwenden. Also wir sehen hier, ähm, Sekunde, ich muss dann nochmal das Ding ein bisschen fetter machen. Ähm, wir sehen hier, das macht irgendwas mit Prozessen auch. Das heißt, das ist noch ein bisschen mehr. Ähm, und was wir hier machen ist, mach jetzt hier mal kurz nochmal ein Edit. Ähm, und ich nenne das Ding jetzt einfach mal hier Process Handling with, ups, with Options, okay? So. Gut. Okay, ähm, wir haben jetzt hier unten nämlich noch einiges, was wir mit Prozessen machen. Wir sehen hier, hier wird ein Prozess erstellt. Der wird dann einfach gestartet und dann wird einiges überprüft. Und falls da irgendwas nicht funktioniert, dann warten wir oder dann schließen wir den Prozess wieder. Aber normalerweise wollen wir hier einfach bloß einen Prozess erstellen. Und, äh, ja, in dem Fall haben wir hier gerade, nun ja, die Prozesse erstellt. Achtung, Param 1. Das heißt, wir erstellen eigentlich bloß den Prozess, den wir hier gerade übergeben. Also müssen wir eigentlich gar nicht hier Process Handlinge, vor allem habe ich mich verschrieben, ne? Process Handlinge, ähm, müssen wir hier gar nicht eigentlich einstellen, sondern, ähm, es ist tatsächlich einfach nur Execute Command. So, okay. War jetzt ein bisschen voreilig, dass ich das dreimal umbenennt habe, sorry dafür. Aber im Endeffekt ist es relativ simpel. Ähm, wir wissen, dass wir hier diesen Befehl als Prozess ausführen und der wird dann halt im Hintergrund durchlaufen lassen. Und wir warten einfach, bis der fertig ist. In der WinMain sehen wir dann auch tatsächlich, welcher Prozess das ist. Nämlich genau dieser hier. Also Adrip plus H, das, was wir gerade geklärt haben. Ähm, und genauso eben dieses Grant Everyone, alle Rechte. So, okay, hier wird wieder mal ungünstigerweise ein Argument reused, ähm, beziehungsweise ein Parameter reused oder eine Variable. Ähm, und diese Funktion hier, nun ja, die macht einiges anderes noch. Das heißt, hier müssen wir jetzt leider uns mit den Variablen Namen abfinden, weil die, wie gesagt, schon Compiler einfach gnadenlos wieder benutzt werden. Das hat man in normalem C-Code normalerweise nicht. Da vergisst man einfach, dass man solche Variablen hat. Und, ja, die werden dann halt vom Compiler einfach gnadenlos wegoptimiert. Die werden einfach alle wieder benutzt. Hier sehen wir aber relativ schön, was genau wir eigentlich hier machen wollen. Und zwar, wir sehen hier, wir haben hier mehrere Prozesse, die wir bekommen. Also, wir holen uns quasi Prozess, ähm, ja, Prozess-Handles. Das heißt, was wir hier bekommen, ist dieses Kernel32DLL, ist eine Library von Windows. Die liefert euch sozusagen einfach die Prozesse für das Dateien-Schreiben. Create File W, äh, W, Create File W heißt quasi, ähm, ihr erstellt eine Datei, ihr schreibt in eine Datei, ihr lest eine Datei, ihr verschiebt eine Datei, ihr verschiebt eine Datei woanders hin, ähm, ihr löscht eine Datei und ihr schließt den Handle wieder. So, das bedeutet, wir haben hier offensichtlich die, ähm, ja, die Prozesse, damit wir das auch machen können. Also, quasi die Funktion liefert uns das sozusagen, ähm, direkte Schnittstelle zum Windows-Kernel. Das heißt, wir können hier das Ganze umbenennen und zwar Rename Global, ähm, Create File Handle. So, so, das ist Nummer 1, ähm, dann haben wir hier Rename Global, Write File Handle. Und dadurch, dass es Globals sind, werden die natürlich auch noch woanders verwendet, ne? Ähm, deswegen ist es relativ praktisch. So, dann haben wir hier, äh, Read File Handle. Und hier haben wir den Move File Handle. Und ja, das ist relativ lame, aber umbenennen bringt euch da wirklich sehr viel mehr. Ähm, denn dadurch habt ihr quasi Ordnung. So, dann haben wir hier den Move File Ex Handle. Und dann haben wir hier den Delete File Handle. Und zu guter Letzt den Close File Handle. Close File Handle. Okay, wunderbar. Und damit haben wir eigentlich schon alles, was wir hier brauchen. Das ist jetzt schön umbenannt. Da haben wir jetzt alles drin. Und jetzt können wir wieder zurück, achso, halt, ne, wir haben die Funktion noch nicht umbenannt. Ähm, das sollten wir vielleicht noch kurz tun. Edit Function Signature. Ähm, und was geben wir hier eigentlich zurück? Wir geben ein Int zurück. So. Und. Create. Äh, Global. Handles. So. Okay. Wunderbar. Und ja, jetzt können wir hier weitermachen. In unserer WinMain. Das war einfach nur so drumrum Zeugs quasi, was wir halt brauchen leider. So, und hier wird jetzt überprüft, ob das Ding auch wirklich in Ordnung ist. Das heißt, wenn das Ding ungleich Null ist, dann können wir weitermachen. Wenn das Ding gleich Null ist, dann springen wir hier runter und return Null, weil es dann offensichtlich nicht erfolgreich war. Dann haben wir keine Möglichkeit, Dateien zu schreiben. Dann haben wir keine Möglichkeit, Dateien zu öffnen und so weiter und so fort. Das heißt, hier drin passiert jetzt also die eigentliche Magie. Also, was hier quasi passiert. Okay. Und ja, genau diese Magie wollen wir uns erst beim nächsten Mal angucken, was genau da eigentlich so passiert. Das heißt, die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Funktionen. Mal gucken, ob wir alles schaffen. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber im Endeffekt sollte die Struktur schon relativ klar sein. Ähm, und ja, das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Gebt mir gerne Feedback und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.